Der Buddha erzählte, dass es einmal einen Mann gegeben habe, der von einem vergifteten Pfeil verwundet worden sei. Seine Familie wollte einen Arzt suchen, der ihm helfen sollte, doch der Mann lehnte ab. Er sagte, dass er zuerst wissen wolle, wer der Mann war, der ihn angegriffen hatte, bevor irgendein Arzt versuche, ihm zu helfen. Er wollte wissen, zu welcher Kaste er gehöre und woher er käme. Außerdem fragte er nach seiner Größe, seiner Stärke, dem Ton seiner Haut, der Art des Bogens, mit dem er schoss und ob sein Seil aus Hanf, Seide oder Bambus gefertigt gewesen sei. Auch wollte er wissen, ob die Federn des Pfeils von Geiern, Pfauen oder Falken stammten. Doch er verstarb, ohne Antworten auf seine Fragen zu erhalten. Vielleicht konzentrieren wir uns auf eine unbewusste Weise, manchmal übermäßig auf Fragen, die eigentlich unwichtig sind. Wir haben Angst vor denen, die wirklich wichtig sind und weichen ihnen aus. Der Kern der Angelegenheit bleibt unerkannt, während wir uns mit Themen beschäftigen, die wenig relevant sind. Mit dieser Geschichte versuchte Buddha, seinen Schülern zu lehren, dass Intelligenz einschätzen könne, ob man eine Schwierigkeit überwinden könne oder von dieser überwunden würde. Dies geschehe in dem Moment, in dem Wichtiges von Entbehrlichem getrennt wird. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Burnout von der Leichtigkeit des Seins. In der heutigen, siebten Folge geht's um Traumjobs. Wie du herausfindest, was dein Traumjob ist, warum die Arbeitswelt sich im Wandel befindet und wie du dir das zunutze machen kannst, wenn du dich nach etwas Neuem umschaust. Los geht's! Um herauszufinden, welcher Job für dich und deine Bedürfnisse geeignet ist, ist dieser erste Schritt unabdingbar. Herausfinden, was deine ganz persönlichen Arbeitsbedürfnisse sind. Was? Was ist denn jetzt los? Es arbeitet nicht dazu da, meine Miete, mein Auto, mein Essen, meinen Urlaub zu bezahlen? Sind es nicht schon genug Bedürfnisse? Schon klar, du musst Geld verdienen und deinen Lebensunterhalt und vielleicht auch den deiner Familie bestreiten. Unsere Sicht und Erwartung, wie Arbeit sein soll, haben wir von unseren Bezugspersonen aus der Kindheit gelernt. Das weißt du ja schon aus Folge 4 der ersten Staffel. Und meistens sind das folgende. Der Lohn muss der Branche entsprechend gut sein. Der Arbeitsvertrag sollte unbefristet sein. Der Arbeitsweg sollte nicht so weit sein. Deine Woche hat 168 Stunden. Wenn du im Schnitt 7 Stunden pro Nacht schläfst, bleiben 119 Stunden übrig. In anderen Worten, wenn ich schon mit Wegzeit und Überstunden um die 50 von 119 Stunden, also mehr als ein Drittel meiner wöchentlichen Lebenszeit auf Arbeit verbringe, sollte entsprechend Geld rumkommen und das möglichst für immer. Außerdem haben viele von uns folgende Glaubenssätze in Bezug auf Arbeit mitgenommen von unserer Vorgängergeneration. Erstens, Zeitdruck und Überstunden, bezahlt wie unbezahlt, vor allem in Zeiten, in denen es viele Kunden oder Aufträge gibt, sind normal und gehören zum guten Ton. Zweitens, Stress mit bestimmten Kollegen gibt es immer mal wieder. Zweitens, die Arbeit ist der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Mein Arbeitgeber entscheidet, zu welchen Uhrzeiten ich arbeite, wann ich in den Urlaub fahren darf und wie lange und in manchen Branchen auch darüber, ob meine freien Tage wirklich freie Tage bleiben oder ich doch spontan zur Arbeit muss. Viertens, man muss zufrieden sein. Fünftens, und wenn du es nicht bist, vor der Tür warten hundert andere, die deinen Job liebend gerne machen, vielleicht sogar für viel weniger Geld. Ich möchte heute mit dir einige Beobachtungen teilen, die ich bei verschiedenen Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen in den letzten Jahren gemacht habe. Unsere Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Schuld daran, wie immer, das Internet, die Generation Y als Wegbereiter und vor allem die Generation Z, die sogenannten Millennials. Denn die meisten Menschen, die ab den 80ern und um die Jahrtausendwende geboren wurden, sind ganz anders aufgewachsen als alles, was vor ihnen da war. In einer Welt, in der man nicht mehr in ein und demselben Job bis zur Rente tätig ist. In einer Welt, in der sich so vieles so schnell verändert, dass es viel, viel weniger Sicherheit und Beständigkeit gibt, nicht nur im Arbeitsleben. In einer Welt, in der alles ein bisschen größer und vor allem jederzeit zugänglich ist. Das Internet bietet schnelle Lösungen auf allen Ebenen. Egal, ob irgendwas recherchiert werden muss, keine umständlichen Fahrten mehr in die Bücherei, um in Nachschlagewerken zu kramen oder einfach nur die individuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Kein ewiges Durchforsten der Fernsehzeitung auf der Suche nach interessanten Sendungen zu bestimmten Zeiten auf bestimmten Sendern. Aber die Möglichkeit, sich sein Müsli ganz nach Belieben zusammenzustellen und liefern zu lassen. Wir sind gewöhnt daran, dass es nicht nur alles gibt, was man sich wünschen kann, sondern auch daran, dass selbst das, was ich mir wünsche, nochmal auf meine Bedürfnisse zugeschnitten wird. Individualismus und die Beschäftigung mit sich selbst, Stichwort Selfie, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, nehmen einen viel größeren Raum ein als bei den älteren Mitgliedern unserer Gesellschaft. Und während die Kids aus Gutem Hause die neuen technischen Möglichkeiten nutzen konnten, um sich zu bilden und eine neue Form der Freiheit, zum Beispiel in Form von unabhängigen Mediengenossen, konnten Kids mit einer weniger erfolgreichen Schullaufbahn sich noch mehr beschäftigen mit Produkten und Inhalten, die vielleicht nicht unbedingt förderlich sind, für die eigene Motivation und den beruflichen Werdegang. Das Ergebnis dieser von mir jetzt nur grob vereinfacht beschriebenen Entwicklung ist zum einen, dass Menschen, zwischen denen teilweise nur ein Altersunterschied von weniger als zehn Jahren besteht, in völlig verschiedenen Welten aufgewachsen sind. Sie hat auch dazu geführt, dass, vor allem in den Berufen, die eine Ausbildung zur Fachkraft voraussetzen, immer mehr gute Arbeitnehmer fehlen. Denn die Anzahl der jungen Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, ist generell gesunken. Und außerdem gibt es mehr Menschen, die einen Studienabschluss anstreben und weniger Menschen mit niedrigeren Bildungsabschluss, die über die persönlichen Voraussetzungen verfügen, eine betriebliche Berufsausbildung erfolgreich zu absolvieren. Warte mal, wie war dieses Wort nochmal, was in aller Munde ist? Ach ja, Fachkräftemangel. In den letzten Jahren haben aber nicht nur haufenweise ungeeignete Bewerber für die Ausbildung im Betrieb den Arbeitgebern den Schweiß auf die Stirn getrieben, sondern auch die vielen, gut ausgebildeten Uni-Absolventen. Denn wer es gewöhnt ist, dass er sich sein Müsli online individuell zusammenstellen kann, wer es gewöhnt ist, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit auszusuchen, welche Lieder er hören und welche Serien er genau jetzt in diesem Moment sehen will, wer aufgewachsen ist in einer Zeit, in der das, was ich tue und wie ich mich fühle, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter, Das Wichtigste überhaupt ist, wer von seinen Eltern immer gehört hat, dass er sich frei entfalten darf, wird sich nie, niemals zufriedengeben mit einem Job, der Geld aufs Konto bringt, nicht so weit weg ist und für immer da ist. Vor allem nicht, wenn er dafür erstens ständig Druck aus der Führungsetage haben und Überstunden bezahlt oder unbezahlt leisten muss, ohne dass er das aus sich selbst heraus, aus freien Stücken, entschieden hat, zweitens, wenn er sich dafür mit Idioten rumschlagen muss, die seine Motivation bremsen, wenn er sich drittens nicht mal mehr entscheiden darf, wann er arbeitet, wann er in den Urlaub fahren kann und wie lange und in manchen Branchen auch darüber, ob seine freien Tage wirklich freie Tage bleiben oder er am Ende doch spontan arbeiten muss, wenn er viertens für diesen ganzen Schwachsinn auch noch dankbar sein soll, weil sonst fünftens er eben gegen einen der anderen hundert Leute ausgetauscht wird, die angeblich auf seine Stelle warten. Und falls du zu den Millennials gehörst, die sich das hier anhören und denken, ja und, ist doch normal, dann kannst du jetzt abschalten. Denn diese Folge beschäftigt sich mit etwas, was du offenbar von Natur aus schon total richtig machst. Wenn du mir bis hierhin folgen konntest, dann ist dir jetzt wahrscheinlich auch schon klar, dass für Arbeitnehmer rosige Zeiten angebrochen sind. Denn wenn die breite Masse der Arbeitnehmer das eigene Wohlergehen für sich entdeckt und zur Priorität gemacht hat, bedeutet das, dass die Unternehmen sich daran anpassen müssen. Dass genau das passiert und sie bemühter sind, als noch vor wenigen Jahren die Bedürfnisse ihre zukünftigen Angestellten zu verstehen und ihnen entgegenzukommen, kannst du heute in jeder Stellenanzeige lesen. Von Zusatzleistungen wie Kita-Plätzen über flexiblere Arbeitszeiten, mehr Eigenverantwortung oder hauseigenen Fitnessstudios ist alles dabei und noch viel mehr. Da es weniger potenzielle Bewerber im Allgemeinen gibt und da heute so viel mehr Menschen da draußen rumlaufen, die sich bereits in der Kindheit ihr Gehirn via Smartphone gelöscht haben und deshalb als Arbeitnehmer im Fachkräftebereich nicht in Frage kommen, musst du nicht mal mehr deine Ellenbogen ausfahren, um an deine Traumstelle ranzukommen. Stattdessen kannst du deine Energie da reinstecken, herauszufinden, was deine ganz persönlichen Arbeitsbedürfnisse sind. Denn meine Erfahrung ist die, dass es nicht immer nur darum geht, was dein Job ist, sondern vielmehr, wie dein Job ist. Es ist also Zeit, sich die richtigen Fragen zu stellen, wenn du deinen Traumjob finden willst. Und wie du herausfinden kannst, wie dein Traumjob sein sollte, beschreibe ich dir heute anhand eines Beispiels in einer Geschichte. Meinem ganz persönlichen Zickzacklauf durch die Arbeitswelt. Als ich fertig war mit meiner Ausbildung zur Altenpflegerin, war ich schon ganz schön geschlaucht. Ich hasste die ständigen Frühdienste, zu denen ich um 4 Uhr aufstehen musste. Und dass mein Arbeitgeber entschied, wann und wie oft das der Fall sein würde. Denn 10 Tage durcharbeiten sind in der Pflege leider eher Standard als eine Seltenheit. Vielleicht ist es auch eine Typsache. Aber selbst, wenn ich um 20 Uhr ins Bett ging, ich war einfach nie ausgeruht und ab 16 Uhr zog gar nichts mehr zu gebrauchen an diesen Tagen. Und obwohl die Frühdienste personell am besten besetzt waren, war mir das Gewusel während dieser Schicht einfach zu viel. Ich empfand die Zuschlagsverteilung als ungerecht. Denn im Spätdienst und im Nachtdienst, wo es weder nervige Auseinandersetzungen mit Angehörigen der Patienten, noch anstrengender Arzt noch die körperlich sehr schwere Fließbandabfertigung der täglichen Ganzkörperpflege der Patienten gab, gab es nur aufgrund der Arbeitszeiten mehr Geld und weniger Zickereien. Das kennst du vielleicht auch. Je stressiger es wird, je unausgeschlafener das Team ist, umso schneller kommt es natürlich auch zu Reibereien unter Kollegen. Wie du aus der ersten Staffel schon weißt, kam es in dieser Zeit auch zu meinem Burnout und ich verließ nach meiner Ausbildung meine Heimatstadt, um nach Berlin zu gehen und nochmal bei Null anzufangen. Aber auch wer bei Null anfängt, muss er arbeiten und Geld verdienen. Ich kam in eine neue Stadt, ich hatte keinen besonders großen finanziellen Puffer. Ein Job musste her und zwar schnell. Einzige Bedingung, nicht mehr um 4 Uhr morgens aufstehen und nichts im Pflegebereich, denn davon hatte ich vorerst genug. Also filzte ich die Stellenanzeigen auf allen möglichen Portalen und stellte erstaunt fest, dass es so manchen Job gab, der einigermaßen vernünftig vergütet wurde, zumindest so, dass ich vorerst davon leben und mir später weitere Gedanken machen konnte, ohne dass man dafür spezielle Qualifikationen oder eine Ausbildung gebraucht hätte. Ich bewarb mich bei einem Weinhandel, der Personal suchte, um Weine zu verkaufen und Kunden zu beraten. Ich muss gestehen, dass ich selbst Alkohol nicht so sehr mag. Ich vertrage ihn ziemlich schlecht, naja, und so richtig schmecken tut er mir auch nicht. Aber verkaufen ist ja nicht trinken, dachte ich mir. Und nach einem netten Vorstellungsgespräch bekam ich den Job und wurde dann von diesem Unternehmen in Sachen Weine geschult. Das Arbeitsklima war angenehm dort und die Arbeitszeiten menschenwürdig. Meine Schicht begann erst um 10 Uhr. Vierteljährlich fanden größere Versammlungen statt, bei denen mitten am Tag von uns Verkäufern die neuen Produkte verkostet und besprochen wurden. Und das war, wie du dir wahrscheinlich schon vorstellen kannst, echt lustig. Ich lernte sehr viel in dieser Zeit, nicht nur über Wein, sondern auch über den Umgang mit Kunden und natürlich Verkaufspsychologie, die ich jedoch eher schlecht als recht anwenden konnte. Den älteren Damen 200 Flaschen Wein zu verkaufen, obwohl ich weiß, dass sie doch höchstens drei davon trinken und naja, vielleicht noch zehn verschenken, brachte ich einfach nicht übers Herz. Und damit war eigentlich auch schon klar, dass das nicht der Job für die Ewigkeit war für mich. Aber ich wollte ja runterkommen und hatte zu dieser Zeit auch eine Therapie wegen meines Burnouts angefangen. Und da diese ziemlich gut lief, war ich nach einem Jahr bereit, einen neuen Anlauf in meiner eigentlichen Profession und Leidenschaft, der Pflege, zu unternehmen. Nur eines kam für mich nicht mehr in Frage. Frühdienste, zickige Kollegen, mit denen ich mich jeden Tag aufs Neue rumschlagen muss und Fließbandpflege. Denn ich hatte mich ja irgendwann für diesen Beruf entschieden, weil ich mit Menschen arbeiten wollte, nicht, um sie einfach nur schnellstmöglich abzufertigen. Ich tat etwas, wofür mich einige damals für verrückt erklärten. Ich bewarb mich bei einer Zeitarbeitsfirma. Ich dachte mir, wenn schon Zickereien, dann wenigstens nicht jeden Tag mit den gleichen Leuten und wenn schon Pflege, dann zumindest in Bereichen, in denen die Besetzung besser aussieht und in denen ich meinen fachlichen Horizont erweitern kann. Als ich in dieser Firma zum Vorstellungsgespräch eintraf, wurde mir erst ein Bogen zum Ausfüllen gereicht. Man wollte von mir wissen, in welchen Bereichen ich gerne arbeiten würde, in welchen Bereichen ich nicht arbeiten möchte, in welchen Schichten ich arbeiten wollte und man bot mir ein Gehalt, welches etwas über dem lag, was ich zum damaligen Zeitpunkt bekommen hätte, hätte ich mich direkt in einer Klinik oder auf einer Pflegestation beworben. Ich bekam den Job und fortan konnte ich jeden Monat einen Plan einreichen, an welchen Tagen ich in welcher Schicht zur Verfügung stehen würde. Und wenn für den nächsten Tag, an dem ich theoretisch zur Verfügung stand, noch nichts Festes ausgemacht war, konnte ich auch einfach spontan im Büro anrufen und Bescheid sagen, dass ich doch nicht arbeiten will am nächsten Tag. Oder wenn ich frei hatte, aber fit war wie ein Turnschuh und in diesem Monat etwas mehr verdienen wollte als sonst, konnte ich auch spontan noch neue Dienste hinzufügen. Ich arbeitete größtenteils im Nachtdienst und zog friedlich meine Runden über die Station. Ich traf viele Kollegen, die sich aus den gleichen Gründen wie ich für die Nachtschicht entschieden hatten und statt diesem ständigen Gebitscher gab es Teamwork und viel Lachen. Ich arbeitete in den renommiertesten Kliniken und Psychiatrien Berlins und sammelte wertvolle Erfahrungen ohne Ende. Nach einem Jahr war klar, ich wollte mich weiterqualifizieren und die Arbeitsbedingungen ließen es zu, dass ich nebenbei meine Ausbildung zum Trauer- und Sterbebegleiter machen konnte. Ich wollte etwas weniger am Bett stehen und etwas mehr in der Familienbegleitung tätig sein und ich wollte in einem Bereich arbeiten, der sich neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse und einer menschlichen, flexiblen, individuellen Pflege schneller zuwandte als jeder andere. Die Palliativpflege Meine Ausbildung lief gut und am Ende dieses Jahres übernahm mich der Verein, bei dem ich die Qualifizierung gemacht hatte als freie Mitarbeiterin. Ich arbeitete also fortan etwas weniger Stunden am Bett und mehr Stunden in der Familienbegleitung, so, wie ich mir das gewünscht hatte. Check. Und so war ich einige Jahre sehr, sehr viel zufriedener mit meinem Arbeitsleben. Ich kam auf der Karriereleiter ganz gut voran, das hast du vielleicht auch schon auf meiner Webseite in der Vita gelesen, aber nachdem ich mehr und mehr Arbeitsmodelle und auch Lebensentwürfe kennengelernt hatte, hatte ich auch das Gefühl, ich hatte so viel verpasst in den Jahren zuvor und jetzt einen Vorgeschmack bekommen auf all die Möglichkeiten, die die Arbeitswelt und das Leben im Allgemeinen zu bieten haben. Und ich hatte ein kleines finanzielles Polster angehäuft. Also ging es ab, nach Indien, Südfrankreich und in die Schweiz als Gästebetreuerin für Reisegruppen, denn nicht nur mein Englisch, auch mein Französisch sollte endlich alltagstauglich werden. Während meiner Zeit in Indien begegnete mir das Ayurveda und ich ließ mich darin ausbilden und insgesamt lernte ich während dieser Reisen wieder etwas Neues über mich selbst. Ich hatte zu wenig Grün und zu viel Stadt in meinem Alltag. Als ich zurückkam, zog ich nach Bayern. Berge, frische Luft und klare Seen, Herz, was willst du mehr? Ich begann wieder in der Pflege zu arbeiten im Nachtdienst und es stellte sich diesmal ziemlich schnell heraus, das war nichts mehr für mich. Ich wollte mit Menschen arbeiten, ich wollte mein breitgefächertes Fachwissen nutzen in meiner Tätigkeit, aber die Zustände, in denen sich nahezu all unsere Pflegeeinrichtungen in Deutschland bis heute befinden, waren einfach unerträglich geworden für mich. Das galt leider auch für die Nachtdienste, denn der Körper ist nicht darauf ausgelegt, jahrelang gegen die innere Uhr zu leben und wenn man älter wird, macht sich das irgendwann bemerkbar. Außerdem wollte ich einer Tätigkeit nachgehen, die mir genug Luft im Geist lassen würde, um mich nebenbei selbstständig zu machen und vor allem wollte ich einen Job, in dem es nicht mehr jeden Tag um Leben und Tod ging, sollte ich einmal eine falsche Entscheidung treffen. Also, ich ging wieder mal im Internet auf Stellensuche und bewarb mich als Arzthelferin für den Empfang in einer sehr angesehenen, renommierten Arztpraxis im Herzen Münchens und bekam den Job. Ich habe meine Arbeit dort sehr genossen. Der Umgang mit den Patienten machte mir Freude, die Arbeitszeiten waren total entspannt, die Entscheidungen, die ich treffen musste, waren belanglos und die Bezahlung war super gut. Und wie immer in neuen Bereichen lernte ich auch hier unfassbar viel dazu. Nebenbei hatte ich genug Energie übrig, um mir Gedanken über meine Praxis zu machen und anzufangen sie aufzubauen. Einige Monate vor der Eröffnung gab es wahnsinnig viel zu durchdenken und zu tun. Und ich merkte, dass ich, bis die Praxis lief, eigentlich einen Job bräuchte, in dem ich weder nachdenken, noch mit irgendjemandem reden musste. Ich brauchte einen Job, der den geistigen Stress und all die Arbeit am Computer durch leichte körperliche Aktivitäten etwas ausgleichen würde und wo ich am Ende des Tages ein Ergebnis sehen könnte, sodass ich danach nach Hause gehen könnte, mit dem Gefühl, etwas geschafft zu haben und nicht mehr darüber nachdenken zu müssen. Und wie wir alle brauchte ich natürlich auch weiterhin Geld zum Leben, bis die Praxis genug abwerfen würde. Und so fand ich zack, Internet an, Stellenbörse gegoogelt, eine Putzstelle in einem Privathaushalt, welche außergewöhnlich gut bezahlt war. Und naja, den Rest der Geschichte kennst du ja. Ein guter Job bringt dir nicht nur Geld und Status. Das ist zu kurz gedacht. Wenn du in Vollzeit arbeitest, verbringst du einen großen Teil deiner Lebenszeit auf Arbeit. Deswegen ist es so wichtig für dich herauszufinden, wie Arbeit sein muss, damit es dir gut geht damit. Dein Leben ist nichts statisches starres. Es ist etwas, was fließt, was wächst, was sich verändert und davon sollte auch dein Arbeitsleben nicht ausgeschlossen sein. Wenn du in Bewegung bleibst und nach dem suchst, was sich für dich richtig anfühlt, wirst du Erfahrungen über dich selbst und deine Tätigkeit sammeln, von denen deine Kollegen und Mitbewerber nur träumen können. Nach jedem Job wirst du einen neuen finden können, der noch besser zu dir passt, egal, ob du dich weiterentwickeln oder erst mal runterkommen willst. Denn mit jedem Job wirst du mehr über das, was du brauchst, deine Wünsche und deine verborgenen Fähigkeiten herausfinden. Und weil wir gerade über Weiterentwicklung und Arbeit sprechen und ich noch ein bisschen was an dem neuen Burnout Coaching Berlin Online Kurs arbeiten muss, komme ich jetzt zum Mantra der Woche. Umwege erhöhen die Ortskenntnis Die Millennials haben die Basis dafür geschaffen, dass viele Arbeitgeber heute bereit sind, auf die Bedürfnisse ihrer potenziellen Angestellten einzugehen, dass du es dir leisten kannst, Forderungen zu stellen und dass ein Jobwechsel, selbst wenn er jährlich oder alle zwei Jahre vorkommt und so auch in deinem Lebenslauf auftaucht, heute niemanden mehr abschreckt, sondern ganz im Gegenteil, sogar als Indiz dafür gewertet wird, dass du vielfältiger und erfahrener bist als deine Mitbewerber. Sei neugierig und probier dich aus. Was beim Erwachsen werden und in der Sexualität geklappt hat, funktioniert nämlich auch in der Arbeitswelt. Was sind deine Erfahrungen mit der Arbeitswelt? Bist du zufrieden mit deinem Job oder wünschst du dir eine Veränderung? Hast du vielleicht sogar schon eine Veränderung gewagt? Schreib es in die Kommentare zu dieser Folge. Ich freue mich auf dein Feedback. Die nächste Folge von Burnout von der Leichtigkeit des Seins kommt übernächste Woche Donnerstag raus. Dann erfährst du endlich von mir, wie du dich gesund von anderen sehr nahen Menschen abgrenzen kannst. Eine Folge, die sich sehr viele Hörer schon lange gewünscht haben. Ich freue mich drauf. Bis dahin, bleib bei dir und pass gut auf dich auf. Deine Susi Deine Untertitelung des ZDF, 2020